Nachdem ich ihm die Beschwerde der jungen Tänzerin mitgeteilt hatte, las ich ihm den Vertrag vor, den er mit ihr abgeschlossen hatte, und sagte ihm in freundlichem Tone, ich würde es leicht dahin bringen, ihn zur Erfüllung seiner Versprechung anzuhalten. Der Direktor brachte mehrere Entschuldigungen vor, deren Nichtigkeit die Corticelli nachwies. Seines Unrechtes überführt versprach er endlich, er wolle noch am gleichen Tage mit dem Ballettmeister sprechen, damit dieser sie, den beanspruchten Tanz, mit dem von ihr bezeichneten Tänzer tanzen ließe. Er hoffe, hier durch das Glück zu haben, seiner Exzellenz zu gefallen. Diese Titelverleihung begleitete er mit einer tiefen Verbeugung. Ein Umstand, der selten ein Zeichen von Aufrichtigkeit ist. Als die Leute sich entfernt hatten, begab ich mich zu Abate Gama, um mit ihm zu Marschall Botta zu gehen, der uns zum Mittagessen hatte einladen lassen. Ich machte bei Tisch die Bekanntschaft des englischen Residenten Ritter Man. Er war der Abgott von ganz Florenz, sehr reich, liebenswürdig, obgleich Engländer, voll Geist und Geschmack und großer Kunstliebhaber. Auf seine Einladung besuchte ich ihn am nächsten Tage in seinem Hause, zu welchem ein hübscher Garten gehörte. In dieser Wohnung, die er selber geschaffen hatte, verriet die ganze Ausstattung, Möbel, Gemähte, ausgewählte Bücher, den geistvollen Mann. Herr Mann, erwiderte meinen Besuch, lud sich bei mir zum Essen ein und hatte die liebenswürdige Aufmerksamkeit, auch Teresa, ihren Gemahl und Cesarino einladen zu lassen. Nach Tisch setzte diese sich ans Klavier und riss die ganze Gesellschaft zu Bewunderung und Entzückenien. Als wir auf Ähnlichkeiten zu sprechen kamen, zeigte der Ritter uns Miniaturporträts von überraschender Schönheit. Ich war niemals bei der Corticelli gewesen, aber überzeugt, dass ich sie gefällig finden würde, ließ ich mich zu ihr fahren. Alles lag schon zu Bett. Ich klopfte, man antwortet, ich nenne meinen Namen, man öffnet und ich drehte im Dunkeln ein.